Darf ich anfangen? Ja. Hey ho! Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge begrüße ich euch heute mit einem getreuen Partner, dem Nickfried. Hallihallo und herzlich willkommen! Wir sind jetzt in der fünften Folge unserer Road to Glory. Wir haben einigermaßen Fortschritte gemacht. Einen Sieg eingefahren, der leider nicht aufgenommen wurde. Entschuldigung. Aber sonst wird es schon einigermaßen besser. Oh Gott! Ich hab mir schon so weit gebaut. Ja, was sind unsere Ziele heute? Lass uns unsere Ziele auf jeden Fall mal gewinnen. Und das Bett schön einbauen. Ich hab das schon ein bisschen eingebaut. Okay. So provisorisch ein bisschen. Jetzt hol ich mir noch den Knockback Stick of Life. Stick of Life. So, und dann tue ich den Knockback Stick wieder auf die Eins und fertig ist die Lauge. Oh, zack, zack, zack. Was gibt's Neues bei dir? Ich muss dir was erzählen. Ich hab momentan, wir haben hier zu Hause so einen Wasserschaden beim Waschbecken, ne? Oh. Ja. Und ich kann jetzt, muss jetzt entweder in das zweite Badezimmer bei uns gehen. Mann! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da muss meine Hände in der Badewanne lassen oder in der Dusche. Ach, du Heilige. Das ist richtig schön. Popo. Ja, genau, was leckst du denn rum, ey? Lecker, er leckt. Es ist lecker. Ich sitze an den Eklern. Wo haben wir denn hier Eisen eigentlich? Hier, wo ich stehe. Hier, hast du eine schöne Brustplatte gekriegt, die hab ich dir dann hingelegt. Joki, dank Nikos. Du, ein, oh Gott, brauen hier schon ab, welches, welches Ding sind wir eigentlich? Sind rot. Jetzt kannst du nur du das sehen, oder was quasi, wenn ich das so kenne? Da liegt hier eine Brustplatte, ne? Wo den, wo die, ich hab's. Was, was ist, sag mal das, sag mal ein Ziel, wie lange wir, ein Ziel, wie lange wir mindestens durchhalten sollen. bis, bis zum bitteren Ende. Ja, das Ziel ist, nicht als letztes zu sterben, das können wir schon mal nicht, war Gelb da? Gelb ist down. Wir wurden gerade eiskalt getötet. Eiskalt getötet. Ja, dann haben wir das Ziel, nicht als letztes zu sterben, schon mal erfüllt. Ja. Oh Gott, ach du. Oh, nein. Oh nein, ich hab schon wieder die Windows Hilfe Support ge... Ja. Du, hä, wo ist der? Du hast ihn gekillt. Ja. Ja. Mega. Ich hielt. Eiskalt. Dinge. Das mit der bloßen Hand, ey. Ja, das kommt, weil ich auch noch ein bisschen angehielt habe, deswegen hattest du ein bisschen leichteres Spiel. Ich darf es einfach gerade durch, wenn du es mal an. Mach, okay, gerade durch, bis zum, bis zum Team gegen Übel. Das ist eine coole Map, die mag ich, die ist übersichtlich, die ist schön. Wie heißt die Map? Weißt du das? Wizard, Wizard, ne, Tataros. Okay. Tataros. Es ist eine große Tataros. Ja, alles klar. Sehr gut. Hasta luego, Tataros. Hala, Hala. Hast du einen Bohn? Ja, hau doch mal. Hau doch mal drüfter. Ein Bohn of Life. Pass auf, ich ist ein Apfel. Thiel, ey. Ah, Fick. Entschuldigung, darf ich nicht sagen auf YouTube. Ach, du ne, kommt. Thiel. Entschuldigung. Oh, Mann. Haben die unser Bett? Wo sind die? Ja, haben die. Ich bin da mal weg. Impfkuhm. Wie? Impfkuhm. 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 Lauf, Digga. Ich bin bei Geld, wo bist du? Gucken, ob ich mir ein Schwert kaufen kann, oder so. Ich bin tot. Ich habe 20 Eisen. Ich bin tot. Ja, kannst du auf jeden Fall die beste Rüstung und das beste Schwert, das zweitbeste Schwert haben. Was ist jetzt noch fertig alleine? Bin einfach zu grün gelaufen, wollte das Bett abbauen, aber ich hatte ja nichts. Das war auch cool. Ja. Deswegen sind die von hinten gekommen und haben mich weggeschnitzelt. Ja, ich geh doch mal in die Mitte, aber ich glaube... Achtung, der Grüne kommt. Pass auf. Tschüss. Hilbert. Ah, Mist. Ja, aber jetzt auch noch... Du hast ja aber auch... Ich habe ihn auch noch runtergejagt, übrigens. Dann habe ich auf jeden Fall einen Teil der Folge gezählt. Ich habe zweimal Leute gekillt. Habe einmal dich nicht vom Tod bewahren können, aber habe dich gerecht zumindest. Und das ist doch schon mal auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zu den ersten vier Folgen. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin bei dir. Ich bin natürlich auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt eine kandiose Zeit. Und macht's gut, ach was? Macht's besser in diesem Sinne. Tschüss, ciao. Was, wieder? Fünf. Ja, dann reicht halt erst mal vor. Ja. Aber so viel, wie wir am Stück aufnehmen können, können wir theoretisch mehr inbringen. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das mit meinen...